Heute haben wir den 3. Dezember. Wir sind hier am Harminger Sättel und werden jetzt mal auf die Feldringalm gehen. Die Sonne kommt ein bisschen raus. Gestern hat es den ganzen Tag ganz leicht geschnitten. Man sieht es. Wunderschön. Der Fischenschlele ist einfach der Hammer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017